So Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Super Luigi Galaxy. Im letzten Part ging es um Schlag den Ultra. Wer es nicht gesehen hat, kann ja mal reinklicken. Ich habe da gefragt, ob ihr noch einen neuen Schlag den Ultra wollt mit Tespa. Also ja, den Part mit den Super Luigi Galaxy nicht gesehen hat. Der kann ja auf meinen Kanal nach Schlag den Ultra suchen. Jetzt geht es auf jeden Fall in die Bam 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 Galaxy. Bam Bam Bam? Jetzt hat man ja. Bam Bam Bam. Genau. Okay. Renne und Musiziere. Ja. Schön. Genauere Tipps werden nicht gegeben. Ist aber, glaube ich, eine recht schillige Aufgabe. Nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Here we go. Einfach mal hier alle Sternpfeile mitnehmen, weil ist ja eigentlich eh schon egal. Und dann einfach hier so. Zack. Zack. Oh, die Toadies, die haben Angst davor, was mich da erwartet. Ich natürlich nicht. Und jetzt bauen sich hier die Musiknoten auf. Das wird ein Spaß. So. Ich renne einfach mal geradeaus, ne? So, jetzt drehe ich hier um. Den Stern habe ich zum Beispiel noch im Livestream gemacht. Wen's interessiert. Und da habe ich gefailt. Wie zur Hölle konnte ich bei den Sternen failen damals? Gut. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis dann, meine Freunde. Und tschüss. What the fuck? Wie kurz ist das denn? Gut. 25 Sterne. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht beschweren.